Hallo, mein Name ist Alexander Bahl und in den kommenden Videos schauen wir uns gemeinsam die nagelneuen Tablet-PCs von Samsung an. Da sind sie, das Samsung Galaxy Tab 3 in der 10.1 Variante, also 10,1 Zoll und 7 Zoll. Beide sind mit WiFi ausgestattet, mit 8 und 16 Gigabyte. Wir gucken uns an, wie wir die einrichten, wie wir uns mit dem Internet verbinden können, wie man Fotos macht, wie man E-Mails schreibt, wie man generell so ein Samsung Tablet bedient. Natürlich gibt es auch ein paar Besonderheiten. Dieses hier zum Beispiel hat hier oben auch eine Infrarotschnittstelle und schon mal verraten, es könnte die Fernbedienung für Ihr Fernseher sein. Deswegen gucken Sie einfach mal die nächsten Videos hinein und dann starten wir mit dem Einrichten.